Gekommen bin ich zu dem Bankert mit grise Schweregkeiten. BMS bin ich nicht gekommen, mir hat nur gebracht daher. Mr. Klein hat geschickt zwei Schätere in Polisleid zu bringen mir. BMS, schöne Schätere in Talmidechachomim. Rieslach hat die Gemohre erzählt, dass die Schätere in Talmidechachomim mit dem, was der Rösgen von eurem Miklo, und dass die Flanzeier sein Talmidechachomim. Ober, sie haben mir nicht gelesen. Seine kommen in der Frühe, und man hat nicht alle gelesen, weil ich aus dem Gesetz mit sie auf dem Aeroplanen gekommen bin. Ober, ich wollte zwei, zwei gekommen, Herr Wieslach. Trotz dem, was ihr bin sehr beschäftigt. Weil dem Kuhmidech in Sonntag offen... ...fällt euch da jetzt noch... ...mein Fotozechen oder Wrocher? ... 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